Musik Hohoho und herzlich willkommen zurück zum interaktiven Adventskalender mit mir, eurem Yoshi. Gestern? Gestern habe ich einen echt irren Weihnachtsbaum geschmückt und alles genauso gemacht wie vorgesehen. Und heute? Heute geht es in Türchen 23. Das ist der 23. Dezember. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei mir ist Morgenbescherung. Freut ihr euch schon drauf? Also ich freue mich schon drauf. Aber gucken wir erst mal rein. 23. Wo ist der Schneemann? Heute geht es um Punkte. Der Schneemann ist der Typ, der auf der anderen Seite sitzt und mir immer doofes Zeug erzählt. Misch, misch, masch. Wo ist der Schneemann? Einfach Start drücken und gut aufpassen. Okay. Also es ist quasi Hütchenspiel. Oh nein. Wo ist nur der Schneemann? Oh nein. Jetzt wird es schneller. Aber wo in drei Gottes Namen könnte nur der Schneemann sein? Es wird immer schneller. Ich könnte den Schneemann aus den Augen verlieren. Bingo. Aber ich habe eine ziemlich gute Hand-Augen-Koordination. Bingo. Deshalb werde ich den Schneemann niemals aus den Augen verlieren. Okay. Langsam wird es wirklich schwer. Nein. Leider daneben. Er ist hier. Ah. Ich dachte, jetzt müssen wir von vorne anfangen. Darum war ich nicht vorbereitet. Nein. Leider daneben. Er ist hier. Okay. Diesmal weiß ich auch, dass ich wieder auf den... Nein. Leider daneben. Nein. Leider daneben. Ähm. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr. Herr Mann. Herr Mann. Nein. Leider daneben. Wer soll denn da noch mitkommen? Oh, ich offensichtlich. Ich finde, so eine Fifty-Fifty-Quote hat schon was für sich. Und damit würde ich sagen, habt ihr mal gesehen, wie schnell Herr Mann mischen kann. Und wir sehen uns morgen wieder. Am 24. Dezember. Bis dahin. Viel Spaß, wenn man es auch immer noch so tut. Und frohe Weihnachtszeit. Ciao. Mach's gut. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen.